Red Bull war dieses Wochenende im Qualifying vielversprechend. Jetzt müssen sie ihre gute Startplatzierung ausnutzen und ein gutes Rennen abliefern. Und das Rennen wird unter blauem Himmel stattfinden. Das bedeutet, die Teams sollten ihre Strategien ohne zusätzliche Schwierigkeiten umsetzen können. Die Fahrer stellen sich bei wunderschönem blauen Himmel für den Start auf. Und da ist Lando Norris. Ein Startplatz an der Spitze des Feldes. Aber ist es möglich, diese zu halten? Und hier Bottas, der zweite Vertreter des Teams. Gestern langsamer als die meisten, also gibt es heute einen Startplatz in der hinteren Hälfte. Hat sich all die harte Arbeit gelohnt? Los geht's mit dem großen Preis von Italien. Das Startsignal erlischt und los geht's! Sieht aus, als hätte Alfa Romeo einen Platz gut gemacht. Ja, take it easy. Go, fam! Keep doing what you're doing. Relief, core, increase, please. Ja, got me, das war. Get back off. Got me. Felix, du hast es, als hätte Spaß machen. Oh, ultimately Toyin' qui? Es wird deutlich, dass es nicht zufrieden hat. Ja, du hast das veloc Sounds- Untertitelung des ZDF, 2020 Let's focus That was good Sehen wir es uns an, sehen wir uns an, der Alfa Romeo ist darin verwickelt Box, Box Yeah, I'm happy to box at the end Keep the head down, keep the head down I don't know what we have left So heads down, focus Copy that Eine Position gut gemacht von Alfa Romeo Lange für Lange Eifern Lange 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 Oh, oh, oh! Energie, wenn ihr es habt. Kaffee. Wir sehen uns Lando Norris an. Oh je, oh je. Wir können mehr pushen. Okay. Pushen mehr. Ja, wir sind gut. Okay. Pushen on, pushen on. Box, box. Okay, box. Box. Pick up the pace a bit. Ja, confirm. Ja. 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 Da ist der Ferrari. Da ist die Wiederholung. Sieh mal einer an, es ist Pierre Gasly. Wir sind sehr gut. Sieht aus, als hätte Alfa Romeo einen Platz gut gemacht. Sehen wir uns die Wiederholung an. Sehen wir uns an, der Alfa Romeo ist darin verwickelt. Alfa Romeo hat gerade einen Platz gut gemacht. Wir sind in den letzten sechs Lampen. Er ist überteck, er ist überteck. Er ist überteck, er ist überteck. Er ist überteck, er ist überteck, er ist überteck. Haben da die Räder blockiert? Er ist überteck, er ist überteck. Jemand ist von der Linie abgekommen. Er ist überteck, er ist überteck. 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 Okay, wir sind froh, 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 froh. Und Sainz ist als erster im Ziel, er hat gewonnen. Und Sainz ist erster. Ja, gut job, ich denke wir können nochmal. Ich habe wirklich gefühlt das, was ich? P1, 5 Sekunden und P0. Ja, gut. Check a flag. Good to get some points. P1, 5 Sekunden und P0. 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 Lando Norris kann stolz sein. Was für eine fantastische Leistung von Ihnen. P1, 5 Sekunden und P0. P1, 5 Sekunden und P0. P1, 5 Sekunden und P0. P1, 5 Sekunden und P0.